Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Video. Ja ihr seht richtig es ist ein anderes Auto da. Das Auto müsstet ihr vielleicht sogar noch kennen das war das Auto an dem ich euch alles erklärt habe wie es mit dem Zusammenbauen funktioniert. Das war unser Tutorial Auto mit dem ich euch gezeigt habe wie man das zusammenbaut und wie man es attunet. Und ja das Safe Game das gibt es logischerweise immer noch bevor sich jetzt die ersten beschweren. Nein der Spielstand um ist nicht verarbeitet. Der ist ein bisschen nachgeholfen worden. Also bevor sich die ersten aufregen ja ich gebe es zu. Weil der Spielstand dient ja nicht zum normalen Spiel sondern dient zum Erklären. Und zum Erklären braucht man eben ein kleines Taschengeld. Das habe ich mir eben sozusagen mal gegönnt. Ja aber jetzt werden sich die meisten denken was wirkt jetzt der Stinker eigentlich von uns. Ja der Stinker der will sich für die ganzen 100 Stinker bedanken die sie ihn abonniert haben. Und diesen komischen YouTube Kanal. Und diese noch komischeren Videos die da kommen. Und Livestreams. Die dir vielleicht dem ein oder anderen sogar geholfen haben. Oder vielleicht auch unterhalten haben. Man weiß es ja nicht. Sich diesen Kanal immer wieder angucken. Und doch immer wieder mal reinschauen. Und für diesen Support möchte ich mich bedanken. Ich weiß das ist jetzt nicht. Ich habe jetzt nie YouTube Deutschland erobert. Das ist mir klar. Mit 100 Abonnenten muss ich mich eigentlich ganz hinten anstellen. Aber ich bin froh dass ich die 100 Abonnenten habe. Denn es gibt genug Kanäle die kommen nämlich gar nicht zu den 100 Abonnenten. Es gibt genau viele kleine YouTuber die sich viel viel Mühe geben. Aber irgendwie immer bei seinen 20, 30 Abonnenten hängen bleiben. Und dadurch dass ich ja die 100 Abos schon geschafft habe möchte ich heute einfach mal Danke sagen. Ja aber was will ich denn heute eigentlich euch andrehen? Ich will euch zum einen das Safe Game anbieten. Und dann dazu auch noch ein paar Texturen. Zum Was haben wir dann? Ja dann haben wir noch einen Traktor. Der hat sich ein bisschen verandert aus dem Livestream. Hier haben wir auch noch einen LKW bei der W. Ja Fakt dazu. Den LKW also für die die es im Livestream gesehen haben. Den LKW gibt es ja. Haben ja im Livestream nicht. Weil da da auf der da waren wahrscheinlich die Polen auf dem Spielstand unterwegs. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es diesen LKW dort nicht. Und ich bekomme ihn auch nicht wieder. Ich habe mich mit Alf zusammengesetzt. Wir haben es ja letztens im Livestream gesehen. Der LKW ist weg. Ich habe wie gesagt auch noch mal mit Alf drüber geguckt. Zusammen haben wir geguckt den irgendwie herzuholen. Der LKW ist weg und bleibt auch weg. Wir müssten entweder einen neuen Spielstand anfangen oder halt ohne LKW spielen. Die zwei Optionen haben wir. Und ich tendiere eher zu der zweiten Option sprich ohne LKW weiterspielen. Weil ich habe dort jetzt schon so viel Zeit sag ich mal in das Safe Game reingesteckt. Da will ich jetzt nie unbedingt anfangen. Nur weil das Spiel wieder meint in den Querdenker reinschießen zu müssen und mir den LKW wegzunehmen. Ja aber das ist ja ohne das heutige Problem. Sondern das heutige Problem ist oder eher gesagt die heutige Aufgabe ist euch zu zeigen wie man den ganzen Spaß runterlädt und wie man ihn einfickt. Ja wie der Traktor aussieht das müsstet ihr alle wissen. Wenn nicht kann man einfach noch mal hinfahren. Bevor euch hier was downloadet und ihr wisst gar nicht was das ist. Weil man kauft ja bekanntlicherweise auch nicht die Katze im Sack. Da kann man gleich mal gucken ob das hier überhaupt noch funktioniert. Das Auto funktioniert noch. Ja ne wundern dass hier der Helm drin liegt. Ich habe auf Screen mal versucht die Rallye zu fahren. Weil das Auto ist ja durch das Rallye ready. Ist mir allerdings nicht gelungen diese zu gewinnen. Also ich habe in der ich habe in der Rallye die samstags stattfindet den ersten Platz gemacht. Allerdings braucht man erscheint um einen Pokalort irgendwie was zu gewinnen. Muss man beide Rallye Teile fahren. Also sprich die samstags und die sonntags. Die sonntags die habe ich irgendwie verpennt und dabei nicht irgendwie vom ersten Platz auf den letzten oder so gerutscht. Auf jeden Fall viel zu weit nach hinten. So genau. Hier hinten stellt der Traktor rum. Wie gesagt so wie das Safe Game jetzt so gerade ist. So werdet ihr es dann auch vorfinden. Kannst du hier mal hinstellen. Und dann haben wir hier den Rushcode. Den habe ich hier hintergestellt. Weil die Karre die haben sind ja kaputt gepatcht. Da hat sich ja irgendjemand dran vergriffen der da anscheinend der Meinung war. Damit haben die viele Spieler gar keinen Spaß mit der Karre. Da hat er recht gehabt. Da haben sie erfolgreich kaputt gekriegt. Die Karre. Obwohl ich das eigentlich früher mal ganz schön fand. Aber irgendwie hat die Karre so viele Macken gekriegt. Da sage ich mir dann so. Ne. Muss nicht sein Freunde. Muss nicht sein. Ja wie gesagt dann haben wir hier einen Traktor. Ne. Sieht vielleicht ein bisschen von Schandier geklaut aus. Passt aber der Spruch dazu ganz gut. Hat der Bauer kein Geld sind die Falkengelb. Wir sind keine Bauern. Wir sind Autoschreiber. Dennoch haben wir meistens wenn man es verarbeitet wenig Geld. In dem zufolge passt der Spruch da irgendwie ganz gut. Ja dann habe ich das hier ein bisschen texturiert. Ja hier oben sieht es ein bisschen verzogen aus. Weil sich hier die Textur ein bisschen so verschiebt. Das ist aber jetzt denke ich hier war doch schlimm. Ich denke wenn man erkennt was es darstellen soll. Da sitzt das neu gemacht. Die ganze Verkleidung hier drin. Oh hier haben wir neu das Blech uns hineingedrückt. Genau das ist eigentlich alles zum Traktor. Das ist eigentlich alles neu gemacht hier. Oder das Nummernschild. Ja das Nummernschild ist noch voraus. Aber gut das macht hier auch nicht weiter. Ja dann der Hänger. Der hat neues Holz bekommen. Der Raum wurde neu gestrichen. Der Falken wurde von dem auch ein bisschen neu gemacht. Und von daher sieht das da alles schick schön aus. So aber wie fügt man nun diesen ganzen Spaß ein? Es ist wenn man es weißt eigentlich eine ganz einfache Sache. Und zwar wenn ihr mal runter in die Videobeschreibung guckt findet ihr einen Link. Und dieser Link führt zu nichts geringerem als zu meiner Dropbox. Hier ist die Dropbox. Genauso wie ihr sie nach einem Livestream auch kennt. Hier kommt man dann hin. Man muss sich hier nicht anmelden. Man braucht einfach hier nur auf herunterladen klicken. Direkt herunterladen. Äh ne ich wollte mich eigentlich hier herunterladen. Naja so wie ihr es hier gesehen habt. Ledert das den ganzen Spaß direkt herunter. Ich habe mich extra mit einem anderen Browser angemeldet damit ich eben nicht angemeldet bin. Damit ich euch zeigen kann dass es nicht von Nöten ist sich da anzumelden. Ja dann bimmelt das Zeug in eurem Downloader noch rum. Und da müsst ihr eigentlich einfach nur folgendes machen. Da habt ihr euch äh warte mal zeige ich euch oder so. Da habt ihr jetzt einen Ordner. Hier ist eh mal das Savegame an sich drin. Also was ihr gerade gesehen habt. Und die Texturen. So fangen wir mal mit dem Savegame an. Also wie man das einfügt. Genauso ist das bei dem Savegame vom Livestream übrigens auch. Ihr kopiert euch den ganzen Spaß. Geht auf lokaler Datenträger. Benutzer. Benutzernamen. AppData. Es kann sein dass der Ordner bei euch nicht angezeigt wird. Da müsst ihr auf Ansicht klicken. Auf Optionen. Ordner und Suchoptionen dann auf Ansicht. Und hier unten bei versteckte Dateien und Ordner ausgeblendete Dateien und Ordner und Laufwerke anzeigen. Dann klickt ihr auf OK. Dann wird euch der Ordner hier AppData angezeigt. Dann geht ihr auf Lokalow. Amis Tech. Samarkar. Dann erstellt ihr euch irgendwo einen neuen Ordner. Ich würde euch empfehlen das nicht hier zu machen. Wenn ihr dann macht in so Dokumente oder so. Weil mir ist jetzt schon oftmals passiert. Ich habe hier meine ganzen Savegames abgelegt und dann hat sie mir das Steam Cloud einfach kaputt gemacht. Dann hat es Team Cloud einfach gesagt. Das gehört nicht hinterher. Haben die alle Dateien rausgelöscht und nur die Dateien. Also sprich das Savegame selbst hier rein gepflanzt. Genau. Also speichert euch das vorher ab und dann tut ihr halt die Savegame Dateien hier einfügen. Und dann habt ihr dementsprechend das Savegame eingefügt. Genau. Das ist das ganze Hexenwerk. So und jetzt kommen wir mal zu den Texturen. Bei denen wir gerade waren. Nehmen wir einfach mal zurück, weil da muss ich nicht so lange suchen. Da haben wir hier so ein paar schöne Texturen. Also sprich Bierkasten, dann hier vom Hänger, Rastkollektion, bla bla. Die ganzen Dateien halt. Ja, die kann man jetzt ganz kompliziert mit dem, wie heißt das Programm noch? Stimmt mit dem Unity Asset Explorer könnte man das einfügen. So, das ist ja aber nun relativ blöd, sag ich mal. Oder relativ langwierig. Und da müsste man ja jede diese Dateien aufmachen und radikal spiegeln, weil diese Dateien für den Text Torpecle Importer gedreht sind, sag ich jetzt mal. Diesen Text Torpecle Importer findet ihr auf dem anderen Link, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort kommt ihr zu einer Seite von Race Department. Und dort könnt ihr euch das runterladen. Müsst ihr euch natürlich vorher anmelden. Braucht ihr keine Angst haben, da passiert euch nichts. Das ist kostenlos. Ich bin dort seit drei Jahren angemeldet, weil ich habe das ja auch meine Erfahrung mit Mods gemacht. Und weil dort manche immer sagen, ja da wissen irgendwelche Russen eure Bankdaten oder was. Also bis jetzt hatten wir in der K-Rose meine Bankdaten gehackt und bis jetzt stand auch bei mir noch keine K-Rose vor der Türe. Also würde ich mal sagen, das ist alles in Ordnung. Wie gesagt, ich habe ja noch keine E-Mail von denen gekriegt oder sonst was, sondern nur die Bestätigungs-E-Mail, dass ich halt bei den Kunden da angemeldet bin. Also einfach registrieren, dann den Packl Importer runterladen und dann habt ihr eine ZIP-Datei. Und diese ZIP-Datei, die setzt ihr euch in euren MySummerCard-Dateien, also die findet ihr am einfachsten, wenn ihr auf Eigenschaften geht, dann auf lokale Dateien durchsuchen. Dann könnt ihr den Spaß ja wegmachen. Ja, da ordnet das halt aber eigentlich hierbleiben. Genau, also das ist halt dann hier halt euer Installationsverzeichnis. Na, was wir jetzt in der Festplatte ist, dann Steam, Steam-Apps, kommen in MySummerCard. Ich meine, ihr findet das schon, ihr seid ja nicht doof. So, dann habe ich hier diese Ra-Datei, die habt ihr ja zum Download gekriegt, die müsst ihr anpacken. Und dann kommt hier so ein texture-pecle-importer.exe und dann hier so eine Unity-Asset-Files und texture-pecle-importer noch einmal und so weiter und dies, das, anders. Und dann drückt ihr hier auf texture-pecle-importer, ne drückt ihr nicht. Dann drückt ihr hier auf Unity-Asset-Files, auf Shedder-Asset-3, die Dateien sind auch noch Shedder-Asset-3, alle, wie dort das sind, die können alle hier in diesen Ordner rein. Und wie ihr seht, habe ich sie hier schon alle drin. Und wenn ihr die dann hier eingefügt habt, was ja eigentlich nie das Problem ist, drückt ihr hier eben auf diese Exe-Datei, drückt Start, also sprich mit Ander, dann fügt ihr die alle ein. Und dann steht hier unten Finished und dann drückt ihr OK und dann sind die eingefügt. Ich würde euch allerdings empfehlen, bevor ihr das macht, die Asset-Dateien, wo wir jetzt einmal diese Shedder-Asset-3, dass ihr euch die abspeichert, weil wenn euch wirklich mal irgendeiner Fehler unterläuft, meinetwegen er fügt die falsch ein oder was, dann müsst ihr das ganze Spiel neu deinstallieren, was bei den Spielen ihnen das Problem ist, weil sie nicht sonderlich groß ist. Allerdings stelle ich mir da irgendwas Schöneres bei der Sache bei vor. Also kapiert es euch einfach, dann macht ihr euch einen Gefallen mit und da ist gut. Genau, und dann habt ihr die Dateien eigentlich alles soweit eingefügt und dann müsst ihr eigentlich nur noch zusehen, wie sie halt, dass ihr halt, dass halt Spaß habt damit. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und dann habt ihr halt in MySummerCard die Bier und Bier-Dateien und Traktor-Dateien und Hänger-Dateien und das habt ihr alles drin. Genau, und damit wollte ich mich eigentlich bei euch verabschieden. Nochmal danke für die 100 Abonnenten. Ich hoffe, dass der ein oder andere Spaß mit den Texturen oder vielleicht mit dem Safe-Game hat. Ich denke mal eher mit dem Safe-Game, weil man hat genug Geld, man hat alle Teile da, die Karossel ausgebaut, eigentlich sofort zum Loslegen. Ja, und dabei wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, wir sehen uns am Freitag im Livestream wieder. Also am Freitag wird sich noch im Livestream geben, MySummerCard. Mit, äh, ohne LKW versteht sich. Und da sag ich mal bis dahin, Rautorrenne. Ciao, ciao.